So, ich stelle dich neben mich. Ja, auf drei. Eins, zwei, drei. So, kannst du den Zug fahren? No Power. So, fährst doch. Warte, warte nicht so schnell, du musst vor dem Gleis halten. Ich habe mich umgestellt. Könntest du das mal umschalten? Hm. Das so. Bauch. Das ganze Loch muss noch zugemacht werden. Auf unsichtbaren Schienen. Bremsen, Bremsen, Bremsen. Das müsste jetzt so nach und nach alles laden bei dir. Bremsen. Warum bremst du nicht? Quasi, gebremst. Leertaste und Rückwärtstaste. Ja, drücke ich doch. Ja, jetzt bremst du. Weiterzeug. Wenn du nämlich Leertaste rückst, da geht nämlich erst die Teile hier auf. Dann kommt noch die schöne Arbeit. Du kannst dann, wir können, wir können dann nämlich dann auch anfangen, wenn jetzt die Bahn nämlich hier steht. Können wir denn einen Zaun ranmachen, dass wir da nicht mehr runterfallen. Jep. Weiterfahren, weiter, weiter, weiter. Ich fahre jetzt einfach die komplette Strecke ab. Damit du nämlich den Rest mich auch lädst. Ich nehme einfach mal an, dass mein Stream nicht hackt oder leckt, denn ich habe gerade Ladescreen. Das heißt, Vodafone ist mal wieder am rumzicken mit dem Restdownloadstream. Entschuldigung fürs Wort. Hier hinten muss dann auch noch eine Kreuzung kennen, dass die Bahn dann über die Kreuzung gut fährt. Dann wird die Passage nämlich auch geschlossen. Und wow. Dann wird die Passage nämlich auch geschlossen. Dann wird ein ordentliches Stück Strecke geschafft auf jeden Fall heute. So, du darfst dann mal gleich anfangen zum Bremsen. Das war jetzt. Danke, Van. Ich muss die Weiche hier nämlich umstellen. Äh, die da. So, ich fahre weiter. Ey, ne, ich steige denn hier. Warte auf mich bitte. Hallo? Ja, ich bremse doch schon. Oh, ich steige aber mal jetzt kurz raus. Ich steige lieber oben drauf. Kannst du einfach fahren. Ah, scheiße. Wo ist das, wo ist die Hände? Ich habe es da geklaut. Ich habe mich gerade draufstellen. Wieso? Kannst du nicht fahren? Doch, aber es leckt extremst. Inwiefern? Das ist nicht, äh... Das ist so teleportieren mäßig. Okay. Also das tut sich immer so ruckeln. Vor stehen bleiben. Vor stehen bleiben. Das ist nicht richtig bewegen. Dann läuft es leider immer noch nicht gut. Die Strecke siehst du aber, oder? Was sehe ich? Die Strecke. Ecke? Die Strecke. Die Schienen. Äh, ja. Da kannst du nämlich dann selber sehen, wie weit ich nämlich bin. Hinten habe ich jetzt einfach nur eine Kurve wieder eingebaut, die auf dem anderen Glas zurückführt. Weil für weiter war ich noch nicht. Hier wird es zu den Hightech-Parouren gehen, denn... Was hier hinten ist, weiß ich noch nicht. Also was hier noch an und wo man da hinkommt. Warum mache ich denn jetzt nur eine Kurve, also eine Schleife eingebaut, dass es wieder zurückgeht aufs andere Gleis. Ich meine nicht, da ich da jetzt zu weit vorbaue. Nein, das meinte ich mit denen einen Klippen ranbauen. Dass es so aus der Wand herauskommt. Siehst du das? Er, Pfeile unten drunter. Bis hinten habe ich jetzt erst mal nur gebaut. Es müsste oben Map-Ende sein. Ja. Wir bauen mal dann weiter, wenn wir wissen, was da noch ist. Auf jeden Fall haben wir bis hier hinten Strom. Oh, ja. Die Strecke kommt da oben dann weg komplett. Die Strecke kommt da oben dann weg. Dann stell mir die Weiche vorne bitte um. Hier? Ja. Hä? Warum jetzt das? Kann ich gerade ausgehen. Alter. Hast du nochmal umgestellt? Ja. Guck mal wo ich bin. Hast du nicht umgestellt? Noch? Hast du umgestellt? Nein. Jetzt habe ich wieder umgestellt. Jetzt ist es wieder. Zeigt es nach da. Ja. Ich weiß gar nicht. Jetzt habe ich leider ausgefunden. Das ist. Hä? Da drüben ist noch eins. Was? Hier ist noch einer. Hä? Welcher ist das für welche? Das ist die richtige. Ach die ist da drüben. Ich bin geradeaus müssen die Dinger nach unten. Ach komm jetzt wird es mich trollen. Ja. Nee nicht während der es nicht drauf steht Digga. Warte. Wollen wir denn jetzt weiter fahren? Ja. Kommst du? Wir haben es geschafft. Nein. Wahnsinn. Aber eigentlich fahren wir auf der falschen Seite. Das ist ja ein bisschen fein. Ich brauche doch nochmal wechseln. Ne. Fahren tun wir jetzt wieder auf der richtigen Seite. Äh. Gott. Äh. Und das äh. Wo wir gerade hier mit einem anderen am Ende waren. Hinten im Lager. Das kommt dann hier unten noch mit ran. Und hier werde ich die Kreuzung hier. An dem oder an dem Teil hinbauen. Und dann geht es auch durch. Ja. Pass auf du wirst gleich da drücken bleiben. Ich mein... Wow. Das gefällt mir. Mir nicht. Halt. Bremsen. Bremsen. Nein. Wir wollen ja nicht rum. Ach Menno. Ja. Wir wollen ja nicht unten in den Bahnhof fahren. Ich stell mir die Weiche hier vorne um. Ja. Lass mich doch mal runter. Ja. Toi. Du überfährst mich gerade. Ja. Und wie ist das da? Ich kann mal fahren. Nervig. Kannste losfahren. Das habe ich gewollt. Ne. Ist auch richtig so. Wo ist man zumindest ins Gefahrengebiet. Da bauen wir den Schmelzen immer. Da müssen wir ja eigentlich nicht ran. Dann haben wir ja Speicher dafür. Ja. Das hier unten muss nachher alles aufgefüllt werden. Vorne ist eine Weiche für den Bahnhof für hier unten. Und die Weiterführung des großen Rings. Bei mir bist du gerade zweimal in der Bahnhof. Äh. Äh. Ins Wasser gefallen. Vor uns. Hier sind die Schienen unsichtbar. Ja. Also hier hast du dann erstmal wieder löst. Hab ja auch eine Menge gebaut hier hinten. Aber lustig. Die sind nicht da. Aber die anderen. Irgendwann braucht man hier ein Flugkontrollzent. Was ist denn das hier für ein Scheiß? Was denn? Die Natur holt sich die Wölbe zurück. Was für ne Fräschheit. Was für ne Fräschheit. Was für ne Fräschheit. Cool. Der. 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 Hinteren Waggon fährt ganzheit voraus. Interessante Lecks. Ich könnte gerne mal selber herkommen und das angucken. Nö. Glaub ich dir. Unter vom Zug auf Hub rauf bitte. Hä? Du. Zum Hub. Deine Ausloggen. Ah. Okay. Feierabend. Du kriegst jetzt. Das waren jetzt 6 Stunden 46 Minuten Stream. Und ich war jetzt 3 Stunden spielen. Ja. Kannst du mal sehen. Drei Stunden habe ich alleine gebaut. Ohne deine Hilfe. Nein, 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 nein. Ich hab nur ein Loch ausgestopft. Ne. Schönen Dank fürs Zuschauen. Schönen Dank für die Followers. Unten im Twitch-Spiel habe ich jetzt letztens gesehen, dass ich das eingebaut hatte, ist mein Link zum YouTube-Kanal. Da liegen alle meine Streams, die ich bisher gemacht habe. Auch von Satisfactory und von anderen Games. Die meisten sind sortiert. Ich muss da mal wieder aufräumen. Könnt ihr auch gerne mal einen Follower da lassen. Falls ihr hier meinen Stream verpasst. In diesem Sinne, danke fürs Zuschauen. Morgen geht's auf jeden Fall weiter. Heute nicht mehr. Ich hab dafür heute keinen Kopf mehr. Aber es sind ja ein ganzes Ende gekommen mit der Zugstrecke. Das nächste Mal werde ich sie dann anschließen und dann die zweite mit Maschinen bauen. Und gucken, wo wir dann hier vielleicht noch einen Bahnhof hinsetzen und den ein oder andere für ein paar Materialien abliefern. Also in diesem Sinne, schönen Dank. Und wir hören uns, wir sehen uns und wir folgen uns gegenseitig. Bis dann. Tschüss. 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 Tschüss.